Moin Trader und herzlich willkommen zu einem Videoausgabe in der Einzelwertesektion der Formations Trader am Donnerstag, am 26. November 2015 und der Blick auf den DAX, der in 38 Minuten handelt plus 0,65% und mit der bullischen Bewegung von gestern, die wir ja auch hatten, mittlerweile bei 11.240 Punkte notiert. Man könnte auch sagen, auch dem deutschen Trader wird heute Troutan präsentiert, alles was er machen musste, war in Richtung des Trends zu denken und zu traden. Gleichzeitig, apropos Troutan, heute Thanksgiving in den USA, der Handel wird irgendwann im Laufe des Tages einschlafen. Das muss man sich bitte klar machen. Erstens, zweitens, ich habe es gestern ganz am Ende des Videos gesagt, ich will es nochmal wiederholen, falls Sie es verpasst haben. Vor den Feiertagen in den USA, um die Feiertage herum, geht ja natürlich der Handel zurück, Volumen geht zurück und dann ist es selten, dass die Börse stark zurückkommt. Sondern dann läuft der Markt eher seitwärts, möglicherweise leicht aufwärts oder aufwärts. Und wir können davon ausgehen, dass am Freitag auch wenig Volumen da sein wird. Noch am Montag wird der Handel langsam erst ins Rollen kommen. Stärkere bärische Bewegungen, also Unterstützung für die Bären aus den USA kann man nicht erwarten. Erstens, danach muss man sagen, geht es ja schon in Richtung IZB-Aussage von Herrn Draghi und ob er denn jetzt die Hoffnungen, die er geweckt hat, auch wird halten können oder nicht. Rein technisch sieht das jetzt bullisch aus, werden wir gleich miteinander ebenfalls besprechen. Was ich Ihnen aber vorher zeigen will, ist ein kleiner Rückblick, denn wir hatten miteinander darüber gesprochen, der Markt geht hier über diese Widerstandszone, geht über die 200-Tage-Linie. Dann haben wir gesagt, ja der ist aber im Widerstand, der ist hier auf der falschen Seite der offenen Lücke. Dann hat er hier eine Seitwärtskonsolidierung gemacht. Ist mehr bullisch. Hat er aber die Seitwärtskonsolidierung bärisch aufgelöst. Wir hatten aber sowohl hier als auch hier miteinander darüber gesprochen, Leute, wo laufen wir denn hin? Ehemals Trendbegrenzen der Linie, jetzt Trendunterstützung. Dazu die 20-Tage-Linie plus, wenn wir uns das über den Stundenchart anschauen. Wir haben die Runde 1900 plus die 200-Stunden-Linie und ich hatte Ihnen gezeigt, wie gut zuletzt die 200-Stunden-Linie funktioniert hat. Die 200er-Linie, ob jetzt SMA, EMA, entscheidend ist in Trendphasen, wird auf diese Linie geachtet. Auch im Minutenchart, auch im Stundenchart, auch im Tageschart. Das heißt, wir hatten hier eine vierfache Unterstützung. Was passiert, das will ich Ihnen doch mal im 10-Minuten-Chart zeigen. Das müsste der Schlusskurs gewesen sein. Jawohl, hier haben wir den Schlusskurs, dann eröffnet er mit einer Lücke, kommt zurück, macht die Lücke zu. Da könnte man schon sagen, ja, der ist ja hier schon durchgegangen, konservativ gedacht. Macht er ein neues hoch, okay, konsolidiert das nochmal aus und dann nach 10 Uhr gibt es den Ausbruch. Und dann gibt es hier eine bullische Bewegung von 100 Punkten in 30 Minuten, seitwärtskonsolidierung, bullische Bewegung, Pullback, bullische Bewegung, seitwärtskonsolidierung und so weiter und so fort. Man musste hier nichts machen und kriegt hier sein Signal. Hier muss man einfach nur seine Position managen. Großartig. Großartige Bewegung, nach meinem Dafürhalten, mit dem Wissen, dass hier eine Kreuzunterstützung gewesen ist. Und auch das haben Sie bewusst, dass hier eine Kreuzunterstützung gewesen ist. Wir versuchen jetzt gerade aktuell über diese Trendbegrenzende Linie zu gehen. Die Frage ist, schaffen wir es per Tagesflusskurs, ja oder nein. Nein, wir haben noch die offene Lücke im Bereich von 11.300. Wir hatten gesagt, für den Fall, dass wir hier diese horizontale Widerstandszone im Bereich von 11.150, 60 aus dem Weg räumen, ist das Ziel 11.300. Das wird gerade abgearbeitet. Falls wir da drüber gehen können, dann ist 11.700 bis 11.800 möglich. Davor wir jetzt gleich weitersprechen und auch über die möglichen bärischen Konstellationen sprechen, ganz kurz der Blick auf den Wochentag. Das meiner Sicht müssen wir eine Sache noch miteinander besprechen. Ich hatte Ihnen gesagt, wann immer der Markt so stärkere Pullbacks macht, neigt er auch nach einer Bullischen Rallye noch einmal zumindest so in Richtung dieser Tiefs zu kommen. Also in Richtung der Ausbruchszone. Die Ausbruchszone wäre ja hier irgendwo 10.260 Punkte zum Beispiel, möglicherweise 10.400 Punkte. Wenn wir sagen, vielleicht schafft es der DAX tatsächlich 11.300 aus dem Weg zu nehmen und Richtung 11.800 zu laufen. Mann, von 11.800, falls wir da hin kämen, von 11.800 nochmal hier so an die Ausbruchszone. Ausbruchszone, das wären ja 11%, 12%, 13%. Das erscheint aber unwahrscheinlich. Ja, erscheint unwahrscheinlich. Die Frage ist natürlich, was macht Herr Draghi? Wird der Markt so laufen, wie er normalerweise technisch laufen würde oder bekommt er Unterstützung durch die Entscheidung der Zentralbanken? Und dann gibt es hier diese, in Anführungszeichen, natürlichen Bewegungen weniger. Ja, was ich Ihnen zeigen möchte ist, hier hatten wir ja auch schon Unterstützungen von den Banken. Der Markt ist ja um über 30% 2011 gefallen, oder? 34%. Dann hat der fast die gesamte Bewegung negiert. Das ist wieder hoch. Die Start hätten vom absoluten Hoch bei 7.600. Dann waren wir bei 5.000 Punkten. Und dann sind wir wieder hoch bei 7.200 Punkten. Also knapp unter dem Allzeithoch. Und dann, boom, kommt er nochmal zurück. Schauen Sie, das war ja hier sozusagen die Ausbruchszone. Und wir sind sogar noch ein bisschen drunter gefallen. Wir sind sogar in Richtung 6.000 gefallen. Das heißt, am Ende waren es nur 15%, nachdem diese Welle fertig war. Und dann erst hat sich ein stabiler Aufwärtstrend entwickelt. Und deswegen, sowas ähnliches hatten wir, wann immer wir Pullbacks hatten, haben wir das immer wieder gesehen. Und deswegen muss es nicht so sein, dass, falls wir in Richtung 11.800 laufen, dass er nie wieder hierhin zurückkommt. Das muss man zumindest nur im Hinterkopf haben. Ich will Ihnen nicht sagen, schotten Sie den Markt, lassen Sie Ihre Shorts laufen. Ich habe Ihnen zuletzt immer wieder gesagt, dass ich deutlich, das heißt deutlich mehr, ich habe eine Long-Position. Und deswegen habe ich einen leichten Bias. Das heißt, ich wünsche mir, dass der Markt steigt. Das heißt, wenn ich hier Analysen betreibe, müssen Sie bitte wissen, dass ich auf der Long-Seite positioniert bin. Das ist ja schon seit hier der Fall. Und eher meine Longs ausgebaut habe. Und wünsche mir natürlich, dass der Markt weiter steigt. Natürlich wünsche ich mir, dass er gar keinen Pullback macht. Das wäre großartig. Läuft immer weiter in Richtung, was weiß ich, 500.000 Punkten. Geht mir nur darum, dass man sich einmal nochmal die Wellen klar macht. Okay. Folgendes muss man sagen. Mit der klaren Bestätigung dieser alten Ausbruchszone, muss man sagen, ist jetzt auch die Zone um die 10.900, 10.850 als eine starke Unterstützung zu sehen. Eine Zone der starken Unterstützung zu sehen. Und deswegen würde ich mich im Moment nicht mit dieser Keilformation weiter beschäftigen. Er hat immer wieder gesagt, die Woche bestätigt diese Keilformation nicht. Im Moment nicht nur, weil wir jetzt hier leicht rüber schließen. Auch der Tag fängt an, die K- und D-Linie umeinander zu schließen. Wir kriegen gerade wieder deutlich Stärke vom Momentum. Tue ich mich schwer zu sagen, ja, der Markt hat hier Potenzial bis sonst wohin. Für den Fall, dass wir tatsächlich wieder unter das Tief von vorgestern fallen, also unter die 10.840 fallen, ja, dann können wir 10.600, 10.500 machen und darunter 10.000. Das sehe ich gerade noch nicht. Das sehe ich gerade noch nicht und weiß gleichzeitig, dass die US-amerikanischen Indizes in sehr starke Widerstände reinlaufen, mit denen sie das ganze Jahr 2015 gekämpft haben. Auch das sehe ich. Wir hatten zuletzt über diverse bullische Setups bei den Einzelwerten gesprochen. Und die würde ich jetzt erstmal so stehen lassen. Teilweise sind sie ausgebrochen, teilweise kämpfen sie noch mit dem Widerstand. Und die können wir uns dann in den kommenden Tagen anschauen. Die nächste Ausgabe gibt es natürlich am Freitag. Bitte denken Sie daran, mit dieser Einzelwertenausgabe verabschieden sich die Formationsdrager aus dem heutigen Handelstag. Denn es ist Thanksgiving. Die Neise ist geschlossen. Deswegen gibt es keine Ausgabe in der Einzelwertenausgabe. Verzeihen Sie bitte in der US-Sektionsausgabe. Es gibt keine Rohstoff-Tagesausgabe, da Comix und Nymix geschlossen sein werden. Und auch die Volksausgabe werden wir nicht durchführen, da die Majors keine größeren Volumina sehen werden. Es ist davon auszugehen, dass in den kommenden Stunden nach und nach der Handel einschlafen wird. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Und selbstverständlich wünsche ich Ihnen einen erfolgreichen Handelstag. Herzlichen Dank.